Wollen oder nicht, es tut mir leid. Das Geld ist morgen da, auch wenn sie es erst in der Woche haben wollen. Nix. Sorry, echt. Weiß ja, kann ich keine Rücksicht drauf nehmen. Die Nase, das ist aber auch, wenn sie auch so eine Riesennase haben, da ist auch echt was drin. Bis das mal weg ist. Ach, was ist denn da oben in der Regie? Leute, konzentriert euch aufs Wesentliche. Echt jetzt. Also, sorry. So, Kinder. Leute, das darf man nicht vergessen. Ich bin ja nicht zum Spaß hier. Sie denken immer alle, ja, ja, das Schradio macht Spaß, der macht Witze und so weiter. Nein, ich bin ja nicht zum Spaß. Das ist harte Arbeit, die ganze Scheiße, die ich hier erzähle. Hallo, Heike hier. Ja, kann ich ja nichts für. Ja, ich auch nicht. So, du hast angerufen. Ja. Maike heißt du. Heike. Ja, ist das der Wichtigste, komm. Mach mal, warte mal hier, Maike. Was hast du? Äh, René. René ist richtig. Du hast gewonnen, zwei Türen. Super. Das ist sehr cool und das Geld hast du heute schon auf dem Konto. So.